hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf direkt nach ein ticket und heute habe ich das spiel mystic continent cruised island viel spaß ok dann würde ich mal sagen geht es los wir starten ich habe das spiel schon damals vor langer langer zeit angefangen zu spielen und dann spielen wir jetzt halt weiter ich brauche erstmal nur die sachen dahin wollen die anzeigt die kann man denke ich mal danach bestimmt verschieben sieht man ja hier ein jäger verletzt doch so viel verwalten alle löschen jawohl das kann ich löschen muss mir was anschauen gut aber später ein lager wichtig ein obstgarten auch wichtig das war's das geht noch nicht im fenster das sieht genauso aus wie von den einen spiel das war das kings of avalon ne da war es ein bisschen anders das kenne ich ja genau die gleichen fratzen hier naja egal ne war ausdauer brauchen wir nicht nachrichten schon wieder zwei ok alle löschen jawohl vip öffnen einfordern gleich kriegen wir glaube ich 100 war das glaube ich 120 neun talent punkte wirtschaft schon sechs vergeben neun habe ich noch frei balance wo kann man mehr truppen los schicken alle truppen und verteidigung alle truppen gesundheit gebäude erhöht den baum erhöht den baum dass ist so schön wie ich kann erhöht den baum das ist auch sehr wichtig erhöht den baum erhöht den baum Damit ich mehr transportieren kann, wenn ich irgendwo hinfahre, hinfahre, auch wie Wasser ober. Also wenn ich sage, ich muss den, einen Punkt benutzen, ist der am frei? Ah, ich muss erst den Talent meistern, okay. Und da habe ich meine ganzen neuen Punkte schon vergeben. Ja, das reicht erst mal so, würde ich sagen. Ich habe das neu dazu bekommen. Er schläft. Verbessern. Ausbilden. Gesammeln. Was ist das hier? Achso. Abgeschlossen. Upgrade. Jawohl. Rettet mal die 35 Kilometer entfernt. Okay. Ich bin noch unterwegs, sieben Sekunden. Gehe ich mal wieder in mein Anwesen rein. Bin noch nicht ganz so weit. Ah, ein Spiel. Das denke ich mal, gehört so hin. Und das denke ich, gehört so hin. Oh, ich habe es geschafft. Ein Wund. Ich muss mich jetzt sofort aufsetzen, natürlich. Ausrüsten. Okay, ausrüstet. Was ist das hier? Forschen. Dann mit der Meerjungfrau mal ein bisschen quatschen. Hi, Meerjungfrau. Wollen wir ein Spiel spielen? Wo ist die Perle? Da. Ich habe es nicht gesehen. Da. Oh, zwei in Folge richtig. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Hier ist eine Schatztour. Oh. Oh! Ah! Und kann ich hier auch noch was zusammen machen? Oh! Und das? Hm, ich verstehe! Also alles was... Ein Grabstein! 21 verbliebene Schritte! Dann mach dir mal so in einer... 9er Reihe, okay! Ach, der ist gelb, der ist weiß! Kleiner... Kleiner Unterschied! Ey, da ist doch der gleiche! Der hier? Oh, der geht! Ah! Das ist schon das weiteste, ja? Da ist noch mal... Noch vier Schritte... Das wär... Diese... Der ist mehr... Der letzte Schritt... Ach Mensch... Wendel... Nicht geschafft! Was ist das da? Okay, dann machen wir jetzt erstmal hier alles weg, ja? Okay... 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 Oh, das sind Pirate. Geisterpirate. Angriff, let's go. Starten. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Ich muss den da hinten packen. Konnte ich mir eigentlich schon denken, aber... Erstmal gucken, was passiert. Jawoll! Sieg! Rekrutieren! Rekrutieren! Sonja! Sei gegrüßt. Du bist mein neuer Held. Oder Held. Na... Ui! dann befördern wir mal ein paar leute dorthin 3000 wie stark bin ich 814 leute 1005 bin ich 8000 stark ich denke ich bin 8000 stark dann gehen wir nochmal zurück in meiner base und ich werde jetzt verbessern 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 oh mein neuer held verbessern 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 ich brauche festung level 6 ich brauche holz und steine ok leute ich brauche festung ich brauche festung was abbauen können schauen wir mal ach das war es nur diese fünf leute hier ich brauche nicht Da ist was und da ist was und da ist was. Ah, da oben wäre es fertig. Okay. Fünf Gold. Ah, da steht, dass wir nicht viel heute arbeiten können. Tja. Alle fünf an arbeiten. Jawohl. Dann noch schnell einsammeln. Okay. Das war hier bla bla bla. Ja. Aber den, den. Das. 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 Das heißt, da ist schon einer dran, ok. Schauen wir mal, kriege ich das da noch oder sicher? Festung Level 6. Ok, jetzt müsste es aber weitergehen hier. Rekrutieren. Oh. Gratis. Verbessern. Verbessern. Zehn Minuten Lautners. Ich bilde noch schnell die Leute hier aus. Und dann würde ich sagen, das war es doch schon für heute. Ich habe noch viel zu tun hier, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig für euch. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Gut, gut, gut. Was ist da oben? Ich schaue nochmal kurz hier nach. 35 Züge. Also, ich muss nur Schalüssel schaffen, ja. Und eine Fackel. Ist das nicht die? Hm. Hm. Ah, ok. Da haben wir die einen. Jetzt noch schnell Schlüssel. Wo ist denn der andere Schlüssel? Ok. Das. 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 Da fehlt nur einer. Ja. Jawoll. Ja. Ja. I got it. Ok. Dann schau doch mal kurz. Bei den Helden nach. Vielleicht komme ich noch mal auf den Namen, wie das Spiel heißt. Also, es war nicht King of Avalon. Aber wie hieß das Spiel? Ok. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich beendige das Spiel. Und ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bitte. Ich bitte. Bis Dann też. Ich rokışaj therapies. Und auf Wiedersehen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü他们em mét v